Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir und ich möchte euch heute mein vorläufiges Fazit zur Corepunk Alpha geben. Ich habe euch ja meinen ersten Eindruck in dem letzten Video schon vermittelt. Falls ihr das Video verpasst habt, schaut gerne in der Videobeschreibung unten rein. Ich habe heute mein Fazit dabei. Was fand ich gut? Was fand ich schlecht? Wo denke ich? Sind noch Verbesserungen nötig? Was hat mich positiv überrascht? Was negativ? Es ist alles dabei, so von diesen ganzen Dingen und deswegen steigen wir am besten gleich ein und legen los mit dem, was ich jetzt noch so getan habe, einfach insgesamt bei diesem Test. Ich habe noch einige Stunden gespielt und versuche mich so viel wie möglich mit diesem Spiel auseinanderzusetzen. Ich habe einige Quests noch erledigt. Da ging es vor allem darum, Bäume zu hacken und Steine irgendwie zu schlagen und natürlich sich auch von Wildschweinen und Käfern jagen zu lassen. Vor allem von der Übermacht von Wildschweinen und Käfern. Da bin ich teilweise fast gestorben, manchmal in der Tat gestorben und ja, am Lagerfeuer gechillt dementsprechend auch oft. Dazu gleich noch ein bisschen mehr, was das Thema angeht. Die Berufe, die man so machen kann oder was man so an Rohstoffe abernten kann, habe ich so etwa auf Level 100 gebracht oder auf Stufe 100. Und ich konnte leider kein neues Gameplay mehr aufnehmen. Am 20. ist es, glaube ich, zu Ende gegangen und ich dachte, ich kann abends noch Gameplay zu aufnehmen. Da waren die Server allerdings schon zu oder ich kam nicht mehr drauf. Deswegen halt noch das Gameplay vom letzten Mal. Aber was gibt es Neues? Was habe ich für euch dabei? Was kann ich euch berichten? Das Agro-Verhalten von den Mobs erstmal, das ist verbuggt. Also die Monster, die verfolgen eine halbe Ewigkeit und du musst wirklich ewig durch den Wald latschen, bis die endlich mal von dir ablassen. Dieses Verhalten ist momentan noch verbuggt und wir können hier drauf hoffen, dass die sich ein bisschen früher zurückziehen und wir hier keinen Dauerlauf machen müssen, bis die endlich mal ablassen von einem. Das finde ich sehr gut. Die Welt bietet nämlich eigentlich genug Raum, um natürlich einen Marathon zu laufen, denn die ist echt riesig. Also im Osten konnte man nicht so weit gehen. Da war dann irgendwann eine Stimme, die gesagt hat, hey, kehre zurück. Da war die Zone einfach noch nicht fertig oder sie wollten die in der Alpha nicht zeigen. Der Rest von der Welt aber war wirklich sehr, sehr weitläufig. Man konnte sehr viel erkunden. Was mir aufgefallen ist natürlich dann in dem längeren Spielverlauf, die Lebenspunkteregeneration, die ist einfach viel zu lahm. Und sie haben mittlerweile auch das Feedback gegeben an alle, die jetzt getestet haben, beziehungsweise auch öffentlich das irgendwo gepostet. Ich weiß nicht mehr, ob es auf dem Discord war oder auf der Webseite, dass das ein Kernthema ist, was sie an Feedback bekommen haben, woran sie arbeiten möchten. Denn es ist auch so, ihr könnt viel Nahrung finden in dem Game, aber die meisten Rohstoffe, die ihr findet, sozusagen machen erst mal nur Mana Regeneration, also diese blaue Energieleiste. Aber man braucht hauptsächlich erst mal, dass sich die Lebenspunkte regenerieren und da kriegt man von den Grundnahrungsmitteln, sag ich mal so, die man so findet, kaum Regenerationen raus. Zum Beispiel Haselnüsse, ja, aber man findet relativ wenig. Das ist noch ein bisschen schlecht gewesen, um es mal dezent auszudrücken. Was ich als erfreuliche Botschaft mit dabei habe, ist, dass der Kampf flotter wird mit der Zeit. Also, ihr schaltet immer mehr Skills frei und je mehr Skills ihr dann freigeschaltet habt, desto mehr Buttons habt ihr auch zum Drücken im Kampf. Dann könnt ihr wirklich mal über eine kurze Zeit tatsächlich mehr Action verspüren. Und das ist zumindest eine gute Nachricht für alle, die bisher gedacht haben, oh, das ist ja aber wirklich ziemlich langsam so in den ersten zwei Leveln. Das wird besser mit der Zeit und ich habe eine positive Erwartung, dass es noch besser wird im Laufe der Zeit, wenn es dann noch weiter ins Game reingeht. Was mir noch aufgefallen ist, es gibt Safe Zones und es gibt PvP-Zonen. Also, wenn ihr in die Welt rausgeht, seid ihr normalerweise in der Safe Zone, da ist so ein grünes Symbol, glaube ich, oder grüne Schrift. Da steht dann auch Safe Zone dran. Aber es gibt auch Zonen, da steht dann dran PvP-Zone. Das heißt, dort ist PvP möglich, soweit ich das bisher verstehe. Getestet habe ich es jetzt nicht mit irgendjemandem. Aber es steht auch im Launcher, stand es dran, Also man kann dieses Attackieren von anderen Spielern in den PvP-Zonen an- und ausschalten. Da steht nichts von Safe Zones, deswegen gehe ich davon aus, dass sich das PvP nur auf die PvP-Zonen beschränkt. Wenn dem so ist, kann ich persönlich gut damit leben. Man kann sich dann mit dem Hotkey entscheiden, ob man hier andere Spieler theoretisch verkloppen möchte oder ob man es sein lässt, finde ich dann recht gut gelöst. Vor allem, weil man wirklich entscheiden kann, möchte ich in diese PvP-Zone dann rein oder lasse ich es und bleibe halt einfach in der Safe Zone. Ansonsten kann ich euch sagen, bei mir lief das Spiel zumindest stabil. Ich hatte keine Abstürze, ich hatte eine gute Performance, ich hatte keine Probleme mit den Servern. Es war für mich sehr geil, weil es endlich mal was wirklich Neues war. Also ich hatte zumindest das Gefühl, etwas Neues zu entdecken hier mit diesem Spiel. Einfach die Perspektive war erfrischend anders. Klar, Lost Ark zum Beispiel hat auch die Top-Down-Perspektive. Aber wie sie das grafisch hier gestaltet haben, mit den Kontrasten, hat für mich wirklich einen sehr, sehr guten, sehr angenehmen atmosphärischen Eindruck einfach erschaffen. Und dass sich das Ganze ein bisschen langsamer bewegt, finde ich persönlich gar nicht so schlimm beim Spielen. Besonders gerade beim Anfang, wo man auch erstmal gucken muss, wie man hier am besten mit den Fähigkeiten umgeht. Manche muss man ja auch zielen und anvisieren und aufladen oder so. Und da ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Hat man eigentlich durchaus was zu tun. Und ich glaube, dass es halt actiongeladener wird, je weiter man dann ins Spiel kommt. Es gibt ja auch Booster für die Bewegungsgeschwindigkeit. Das haben sie auch schon mal gesagt vor Jahren. Kann man jetzt ja mittlerweile schon sagen. Aber um da hier jetzt mal einen Strich drunter zu machen. Die größten To-Dos sehe ich persönlich momentan bei der Lebenspunkte-Regeneration. Wie regeneriert man die und wie schnell regenerieren die sich? Hier könnte ich persönlich sagen, alles was ihr bisher hattet, verdoppelt es auf jeden Fall. Und das mit dem Lagerfeuer vielleicht einfacher zugänglich zu machen. Momentan muss man ja dafür noch Bäume hacken und dann solche Wurzeln finden und dann mit den Wurzeln und ich glaube Streichhölzer noch dazu und was weiß ich. Dass man einfach leicht an diese Lagerfeuer hinkommt, dann auch ein paar im Inventar hat, um die dann zu platzieren und eine bessere Regeneration zu haben. Dass das nicht so ein langwieriger Prozess ist. Denn ansonsten, das habe ich gemerkt und das ist ein Negativpunkt, wenn das so bleiben würde, hat man keine Lust mehr zu kämpfen irgendwann, weil man eben diese mega lahme Lebenspunkte-Regeneration hat. Und dann sagt man, bevor ich mich jetzt noch auf diesen Kampf einlasse und dann wieder da rumhocken muss und meine Lebenspunkte-Regenerin, lasse ich es lieber und hake nur irgendwelche Bäume um oder so oder gehe am nächsten Busch und was weiß ich was. Deswegen, ja, etwas mehr Schwung für die ersten Stunden würde ich mir wünschen bei Core Punk. Das heißt, den Fortschritt erstmal spürbarer machen, das Spiel zugänglicher zu machen, mehr Erfolgsgefühle reinbringen in den ersten Stunden und einfach auch die, wie gesagt, die Regeneration verbessern. Und dann, zumindest für den Teil vom Spiel, den ich bisher gesehen habe und bewerten kann, wäre das für mich schon mal ein richtig guter Schritt. Das ist das Hauptding, was ich hier sehe momentan vor mir und wenn sie daran was machen, dann finde ich, macht das Spaß, einfach in dieses Game reinzugehen. Wie das dann auf lange Sicht wird und so weiter, kann ich nicht bewerten, Leute. Dafür hatte ich zu wenig Zeit, das auf lange Sicht zu zocken. Aber mein erster Eindruck, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich finde das Game cool gemacht und ich finde, es hat auf jeden Fall Potenzial, ein richtig cooles, neues Open World Sandbox MMORPG zu werden. Dass man frischen Wind reinbringt und einfach mal ein bisschen anders ist mit dem Fog of War, mit dem etwas langsameren, taktischeren MOBA-Kampf und den Völkern und diese Welt vom Style, wie sie einfach, wie das alles gemacht ist. Mir hat es Spaß gemacht. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst mir gerne einen Kommentar unten da. Lasst natürlich gerne einen Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ihr habt es ja vielleicht gehört, ich gehe dieses Jahr bzw. 2024 all in. Wir werden auch streamen und Core Punk ist mit Sicherheit bei mir in 2024 dabei. In diesem Sinne danke euch, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.